Der ist auch weg. Ah, viel Spaß beim Suchen. Nö, nö. Hab ich keine Lust. Und tschüss. Zwei Stück haben wir noch. Warum? Tschüss. Was ist da? Äh, wisst ihr was ich mache? Das funktioniert ja hier super. Charakteranpassung. Ausrüstung. Mach ja wenig mit. Was? Ausrüstung. Achso, okay. Und fest. Irgendwann dürfen wir es an. Komm jetzt. Ausrüstung. Waffen. Ich komme. Mhm. Das ist mir gar nicht so sinnvoll. Jetzt sind sechs Kugeln. Acht Kugeln habe ich. Ja, reicht. Acht gezielte Treffer. Die müssen sitzen. Oh. Waren es da nur noch ein paar Schüsse weniger. Tu mal. Können wir die nicht. Nö. Dankeschön. Schauen wir mal, was ich noch so erwarten darf. Hi, Jungs. damit wir jetzt… Sind wir nur noch? Oh. Ph F cooked, wenn du hier. So, Ausrüstung, Ausrüstung, Waffen, Einhand. Das war der, der ist ja gleich, okay. die das ist der Urkund sieben Ah, ich liebe es ja so, ne? Ich wollte mal so'n kleines Präsent abholen. Vielleicht meine Haustürsschlüssel? Hast du meine Haustürsschlüssel? Haustürsschlüssel? Ah, Haustürsschlüssel. Äh, das ist der Gärtner. Hey, Kanzlerin! Du bereitst uns in seinen Rücken! Nein! Ihr blockiert den Wind! Ausatmen! Leck dich um! Ah, gehörst mir! Lass uns hier raus! Was wird das? Ich glaube, es nennt sich Rettung. Wieso? Weil es tatsächlich kein Kapitalverbrechen ist, ein sturer Bock von einem Mann zu sein, auch wenn es sich auf Dauer nicht auszahlen kann. Bitte, bleibt zurück und lasst mich vorgehen. Nächster! Dann los! Kenn ich dich nicht, Bursche? Das bezweifle ich. Doch, 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 sicher. Du bist dieser Trunkenborn. Bindet ihn fest! Ich? Oh, doch, das bin ich wohl, oder nicht? Ist das... Ist das... Ist das... Merde! Entlaschen! Da ist es! Warum? Weil, Monsieur Latouche, euer letzter Bericht einige Fehler enthielt. Monsieur, ich habe es dreimal überprüft. Alles korrekt? 10.000 livres sind aus der Schatzkammer Ihrer Majestät verschwunden! Tut mir leid, Latouche. Guten Tag. Monsieur Latouche, ich höre jeweils Steuereintreiber. Ja, Herr. Gut. Ich kann jemanden wie euch gebrauchen. Das sind Parasiten, nichts weniger! Wie meint ihr das? Ich meine gierige Bastarde, die Geld veruntreuen, anstatt ihre Arbeit zu tun. Wenn du nur die Hälfte davon wüsstest, was die Ratten vom Chef aufschnappen... Erzählt mir mehr über euren Chef. Wie ihr wünscht euch. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Und was soll ich tun, Großmeister? Ich vertraue eure Dienste den Händen unseres Agenten im Konvent an. Le Pelletier? Le Pelletier mag nützlich sein, doch. Wir haben noch andere Freunde in der Regierung. Monsieur Latouche, darf ich vorstellen, Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, ich höre, dass Versailles von Parasiten befallen ist. Höchst! Bleib da stehen! Versuchst du wegzulaufen! Bleib stehen! Und ich bin so ein Trottel! Aber ich habe es ja ausgestellt wegen dem Sprechen. Aber es ist ja nichts grosses passiert mehr. Verdammt! Wir sind wieder hinter uns her. Noch nicht das beste Timing. Ich bin dran. Zwei Sekunden. Wir sind nah dran, Novize. Zwischen Arnaud und Germain kommt es in den nächsten Monaten zu einer Konfrontation. Wir wissen bloß nicht, wo oder wie sie endete. Wir zählen darauf, dass du es rausfindest. Ich hab's. Das Portal ist offen. Wenn alles gut läuft, ist das deine letzte Zwangsmigration. Und wenn's nicht so gut läuft, erleidest du einen hippokampalen Schock und führst den Rest eines Lebens durch deine Sonde endiert. Dankeschön. Lass uns das nicht vertiefen, okay? Mein Gott, der Controller! Hold up! Ich komm nicht hier raus. Halleluja, ich... Oh mein Gott. Oh oh. Äh. 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 Schnell! Oh mein Gott. Ich hasse die Risse. Ich hasse einfach diese Kack-Risse, ey. Wie so bekloppt, ey. Naja. Naja. Mal gucken, was jetzt kommt. Habe ich schon Lust drauf. Äh. Friedhof? Das könnte dir bekannt vorkommen. Paris im Mittelalter. Spätes 14. Jahrhundert. Du bist außerhalb der Stadtmauer. Ich schlage vor, du suchst dir einen Weg zurück. Mach mal. Guck mal. Katakomben durchqueren. Machen wir. Ich hoffe, dass es nicht mehr wird. Ähm. Ähm. Wer geht's hier hoch? Oder nicht? Äh. Die 1 ist er, ja. Mal wieder geil gemacht. Äh. Shit. Ich muss ja hier oben lang. Dann. Pack mein Feuer, ich geh hier durch. Oh. Ich hätte hier nicht runter gemusst. Ich kann schön hier lang. Schnell, 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 schnell. Wow. Das ist nicht wow. Ich bin schon dabei. Aber wo ist die... Ich quere die Bücke. Äh. Loll. Ist ja gar nicht kaputt. Wo muss ich denn hin?